Hallo Leute! Hallo! Hallo! Willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim! Von was? Von Skyrim! Achso, in Wobbly live. Ja, wir sind wieder zurück, ja? Wir haben uns schon, wir wussten jetzt nicht so ganz, was wir heute anziehen sollen. Deswegen haben wir jetzt einfach mal das da genommen, gell? Und was zeigst du mir heute? Ich zeig dir das Toilettenkostüm. Das Toilettenkostüm. Okay, da bin ich gespannt. Wie immer, ich folg dir. Also, wenn wir ein Auto brauchen, also wir brauchen eigentlich kein Auto, aber das ist so schnell. Okay, okay. Ja, wie immer, ich folg dir und hoffe, dass ich es dir nicht vermassle. Jetzt gehen uns langsam die Ideen aus, gell? Was wir alles noch machen können. Wir haben schon noch paar Ideen, was wir hier machen können. Aber wäre schon cool, gell, wenn ein paar Leute in die Kommentare schreiben, was wir noch holen sollen, oder so? Und... Ist das Haus? Okay. Ich komm mit. Ich komm mit. Ist hier eine Toilette? Mhm. Wo sind wir? Was ist das für ein Gebäude? Was ist das? Warte, ich will schnell schauen, was das für ein Gebäude ist. Ja, wir sind beide ein bisschen krank, gell? Äh, hä? Mhm. Also, gegenüber von Wobbly Burger. Was ist... Ach, hier steht. Rubberband Games. Ja, und guck, hier geht's hier allein. Okay. Und hier ist... Okay. Okay. Und dann hast du... Äh, ich hab mich einfach aufs Klo gesetzt. Ich wollte mich hier aufs Klo setzen. Wie komm ich wieder runter vom Klo? Wenn du F lückst. Oh, sorry. Ich wollte... Hier aufs Klo, ich wollte mit Ihnen reden. Geh mal ein bisschen weg. Ich putz ein bisschen hier. Wisch, 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 wisch. Ach, das war's schon? Ja. Das war's schon? Wisch, 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 wisch. Ja. Okay. Ja, das war ja jetzt, äh... Bisschen schnell. Ja. Ich würd sagen, wir ziehen uns das jetzt schnell an und dann machen wir noch eine Aufgabe, weil das war ja viel zu easy, Mann. Ja, das sind schon bei 30 Sekunden, weil wir schon fertig. Ja, ja. Äh, ja, wär toll, wenn endlich mal ein paar Leute abonnieren würden, gell, das würde uns schon massig freuen. Ja, und liken. Und liken, ja. Bitte. Bitte. Ja, momentan ist ein bisschen blöd, gell, weil wir waren jetzt so viel mit Weihnachten beschäftigt und... Jetzt ist wieder die Schule losgegangen und Kindergarten... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Blablabla. Warum gehst du immer in meinen Schrank? Wir haben extra jeder seine eigene Wohnung. Erstmal die Dings. Ich seh's schon. Ein Handwaschseife auf dem Kopf. Und Klopapier und ein Pümpel. Ja. Okay, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich bin Toilettenmann. Ein Skydon, meine ich. Nicht Aiden. Und... Sehr schön. So. Wir haben unsere neuen Kostüme. Und... Warte, ich nehme jetzt gleich mal... Ich weiß nicht, welches Auto wir nehmen. Was könnte mir... Bonzo, kommst du mit, oder? Was? Nimmst du Bonzo mit? Bonzo? Bonbon? Dann kommst du, ich. Ja, Bonbon. Bonbon. Nein, der bleibt heute zu Hause. Kommst du schon mit, oder? Hallo? Ja. Warte, du kannst fahren. Warte, fahr du, weil du weißt, wo es lang geht. Was machen wir das Nächstes eigentlich? Ja, gute Frage. Wir können den Tiefzug machen, oder denn das Kostüm? Oh, mein Kopf kann Bubbles schießen. Ja. Mein Kopf macht Bubbles. Ja, das ist die Seife. Ja, das ist die Seife. Ja, das ist die Seifenblasen, ja. 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 Jetzt werden wir unser Kostüm upgraden. Was werden wir upgraden? Zuerst machen wir unser Vestin. Ich meine damit das Kostüm. Zuerst machen wir den Job. Das ist der Blitte. Okay, wir machen einen Detektivjob, schauen wir mal, was wir bekommen. Okay. Okay. Ein neuer Job. Okay. Eine Katze wurde ... Ja. Die hat ihre Katze verloren. Eine Katze? Und das befindet sich ganz genau da, wo sie ähnelt ist. So schaut die Katze aus. Blablablablabla, blablabla. Okay, das ist das Haus. So schaut die Oma aus. und hier ist das Haus. Okay. Okay, okay. Ich habe es schon ausgeblattet. Sollten wir hinkriegen, oder? Ja. Na dann mal los. Suchen wir die Katze. Kommst du schon klar? Ja, bist du schnell für mich. Ich weiß, und der lässt sich echt schwer lenken, gell? Ja. Also du bist schon mal besser gefahren. Das muss ich schon sagen. Weißt du, wo es lang geht? Ja. Okay, hier hinten zum Stern. Ah ja, bist du eh gut gefahren. Bist eh gut gefahren. Ja, wenn du denn auch. Äh, das war voll vermasselt. Aber ich dachte, der konnte da hoch und das kann eigentlich immer. Was? Eigentlich soll er schnell genug sein, für die auf die andere Seite zu flitzen. Im Wasser? Ja. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Lieber nicht. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Dann gucken wir mal. Okay, oh Gott. Oh Gott. Okay, Glück gehabt. Wir sind hier. Wir sind die Katzenretter. Und da ist die Name. Ich rede mal mit dir. Oh, bitte findet meine Katze. Ich sage die Buchstaben. T-I-P-L-N-E-S. So heißt der. Tipp. Ich weiß nicht. Tipp, Lenz. Was hast du gesagt? Wo steht das? Auf seinen Katzen... Auf seinen Katzen-Napf. Wie kannst du das sehen? Wenn du dein Kamerl noch... Ah, Tippels. Jetzt, Tippels. Ja. Da unten steht's. Komm her, komm her, komm, komm, komm. Ich weiß, wo die Katze hier ist. Ich folge dir. Ich folge dir. Das sind wir ohne Chatpack. Ist das echt langsam immer, gell? Ja. Aber man ist schon so gewohnt, dass man dann immer springt. Da ist die Katze, Glitter. Was? Guck. Schütteln! Oh nein. Da ist die Katze. Oh, sie ist in dem Baum. Wie kann ich den Baum schütteln? Wenn du öffst und... Ach so. Ich hab geschüttelt. Oh nein, die Arme, die hat so Angst bestimmt. Oh Gott. Komm, schütteln! Ja, sie... Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Oh nein, wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie in den Dach gegangen. Ich häng fest. Auf welches Dach? Da oben aufs Dach. Na toll, wir kommen wieder hoch. Ich sag dir was. Oh nein, der Blau. Jetzt müssen wir zu dem Mall und da legen wir Katzenfutter. Zuerst musst du mit der Frau reden. Okay, sie kommt nicht vom Dach. Nur wenn sie Katzenfutter hat. Und in dem Mall hattest du recht. Okay, okay, okay. Dann auf zum Mall. Auf zum Mall. Und Schön, dass du auf mich wartest. Ja. Wir verseuchen hier alles. Aber ich kann es gleich wieder sauber machen mit meinen Seifenblasen. Nein, geht nicht. Äh, lass mich, ich mach einfach alles voller Seife. Das ist ein Seinf. Das ist ein Seinf. Kein Seifenblasen. Ach du Laberer, das ist ein Seifenblasen. Oh, ich hab ihn voll im Pool geworfen. Ich hab's gesehen. Nichts, Lumi. Das durchnimmt. Und wir sind bei der Mall. Ja, sollen wir. Hast du noch Geld? Ja. Ja, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Bei ihm können wir jetzt wieder kaufen. Kaufst du's oder was? Hatte ein Futter, wurde gekauft. Sehr gut. Hä? Ich hab schon. Ich hab schon. Ich pass drauf auf, wie immer. Da musst du dich aber festhalten. Ja, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Hab ich nicht, wie immer. Hab ich nicht. Okay. Los geht's. Ich war auch ganz vorsichtig. Ja, ich sehe uns schon wieder fliegen. Nee. Wir fliegen nicht. Ja, ja. Schon abgestürzt. Hey. Hey. Aber Papa. Ja. Komm mal hier hin. Komm mal zu mir. Dann kannst du dich so. Dann kannst du da auch zweimal doppelt spielen. Nee, passt schon. Ich hänge. Ja, ich weiß schon. Aber jetzt hänge ich hier. Passt schon. Okay, okay. Boom. Genau. Und ich bin wieder weg. Na, du losgelassen hast. Ja, weil der Zaun mich da gerammt hat. Okay. Oh Gott. Ich hänge hier hinten. Ich hänge hier hinten. Du bist ein Schnatter. Oh Gott. Ich hab's Katzenfutter verloren. Ich hab's Katzenfutter verloren. Warte, 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 warte. Okay. Oh, schau. Beim ersten Mal. Ich werd so Profi. Ich werd so ein Profi. Ja, weil ich's schon beim ersten Mal erwischt hab. Normalerweise muss ich immer fünf, sechs Mal drücken. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sind wir da? Nein. Nein, da ist es. Oh Gott. Oh Gott. Ich werd hinterher geschläuft. Okay. 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 Wir sind da. Wir sind da. Achtung. Achtung. Wir. Wir. Nein. Mieti, komm doch. Tübels. Oh, Tübels, komm drunter. Sie hat's gesehen. Es hat funktioniert. Oh. Sie hat gesagt, sie lässt sie nie wieder. Nein. Ah, warte. Ah, ja, jetzt. Es war ja ein Job von uns, gell? Mhm. Und los geht's. Wieder ins Büro zurück. Belohnung abholen. Los geht's. Boah, der ist schon echt schnell, gell? Ja. Gut. Abgebremst. Sehr gut. Sehr gut. Bist du hier richtig? Wir müssen noch ein bisschen zündigen. Ja. Ja. Ein bisschen auf. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. 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 So. Und. Wir sind da. Wir sind da. Oh, ich bin gespannt, was wir jetzt kriegen. Nicht sowas besonders, man legt da Fettkart. Also man kann dann eine fette Katze kaufen. Was? Ein neuer Fall ist gelöst. Dann kann man eine fette Katze kaufen. Okay, morgen hat er wieder einen neuen Auftrag. Ah, jetzt kann man sich das als Haustier holen, oder was? Die Katze. Ja, nur bei den anderen Inseln auf dir, wo der erste war, wo die fort ist. Da bei den Lennen. Ja, ja. Neben den Eisberg. Ja. Da gibt es nur die normale Katze, was nicht fett ist. Aber bei den anderen, bei den anderen Inseln, gibt es auch noch eins. Und das ist die Neue. Ja, aber fahren wir doch mal da hin. Warum können wir, fahren wir doch hin, dann konnte ich sie schnell kaufen, oder nicht? Ja, aber du kannst, ja, du kannst nur, aber. Ja, aber ich denke, ich habe genug Geld, oder? Gleich hast du hier als Maximum. Du kannst nur gleiche Haustier kaufen. Ja, du hast noch keins, aber du wirst nicht genug Geld haben, oder? Keine Ahnung, ich werde gut schauen. Keine Ahnung. Ja, du hattest mal viel mehr, bevor du alles gelöscht hast. Ja, das hat eh auch nicht gereicht. Das stimmt, das hat dir wahrscheinlich nicht gereicht. Ja, wir müssen mal schauen, wie viel das jetzt kostet. Wie kann ich nicht schauen? Und ich sag dir, wie viel Geld ich habe, und dann... Dann... Und dann? Sagst du mir, wie viel Geld ich noch brauche. Wie viel Geld ich noch brauche. Ja, wir müssen sowieso irgendwann mal ein paar Jobs einfach machen, dass wir mehr Geld haben, gell? Ja, wir wollten ja auch noch die anderen Haustiere alle anschauen, beziehungsweise kaufen. Ja. Ja. Und hier wollten wir uns noch eine Villa holen. Ein bisschen was haben wir schon noch zu tun, gell? Aber... Ähm... Ja, wenn's den Leuten gefällt, gell? Hier ist der Neue. Bitte abonnieren. Und dann... Ist der Neue? Und dann... Und dann... Vielleicht auch in die Kommentare schreiben, was wir noch alles machen können, gell? Ja. So, hier haben sie Igel, Häschen... Oh. Oh. Und... Warte mal. Und da oben gibt es noch ein Listal, ein Zwerg, eine Schlange, ein Paragraphen... Ein Zwerg, ein Hund, äh, das Lecklo, Schlag, Paragraphen... Oh, was ist das? Was ist das? Warte. Oh, das ist nur... Ist nur gesperrt. Ist das ein Kristall? Der ist ein... Ja, wir brauchen alle Kristalle. Ah, okay, okay, okay. Hier ist der Zwerg, Schlange, der Hund. Okay, fertig. Oh. Ich kann's kaufen. Echt jetzt? Ja, dann kauf sie. Ja, das kostet 500. Und ich hab 5, 5, 6 und das... Ja, perfekt. Das sind 500. Warm gekauft. Sag, warm gekauft. Wo ist die Musik? Ah. Ja. Fluffy heißt die? Oh, Fischer. Aber schon ein bisschen Nahm. Ja, schon. Heißes bisschen Nahm. Und ein schönes Süße Katze. Wollen sie hier einen Hund kaufen oder ich eine Katze? Ja, nee. Ich hab ja schon, ich hab ja schon Bonbon. Und Papa, guck mal, was sie machen kann. Was? Äh, nee. Oh. Herzchen kuscheln. Und das ist 2 in der... Ich wasch sie erst mal. Oh, ich schlafe. Oh, nein. Sie müde. Okay, Leute. Da komm nicht mehr, jetzt ist aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, gell? Ja. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und nicht vergessen, abonnieren und in die Kommentare schreiben, was wir noch holen können. Ja. Hallo. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, gell? Auf den nächsten Mal. Tschüss. Ich umarme dich. Ich umarme dich. Ich umarme dich. Tschüss. 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 Tschüss.